Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge König, Bube, Dame, Gast, Family & Friends. Mein Name ist Dela und bei mir ist die wundervolle Julia. Hallo Julia. Hallo Dela, hallo Flo. Außerdem der Gruß an die Flo. Hallo Flo. Guten Abend. Ja, wir wollen heute noch mal zu einer alten Bekannten zurückgehen, denn wir möchten heute über Seelenwächter von Tabitha King sprechen. Ja, wir kommen also nicht nur zu einer alten Bekannten, wir kommen zu Stephen Kings Alter. Entschuldigung. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Bevor du weiter solche Witze machst, Flo, erzähl uns doch mal ein bisschen, was zur zeitlichen Einladung führt, dieses Buch. Ja, die Seelenwächter ist Tabitha Kings zweiter Roman aus dem Jahr 1983 und ist gleichzeitig der erste Band ihres Not-Rich-Zyklus. In Deutsch ist das Buch 1986 bei Heine erschienen. Im Original heißt es Caretakers, was meiner Meinung nach ein besserer Titel ist, aber ich glaube, da kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Und es ist anders als ihr erstes Buch, das wir ja in Folge 0 besprochen haben, damals im Jahr 2018, ist es kein fantastischer Roman, sondern eher ein, also auf dem Cover steht ein unheimlicher Roman, das würde ich auch nicht sagen. Ist es ein Thriller oder ist es einfach nur ein Drama? Also ich glaube, der einzige Grund, dass es angeblich ein fantastischer Roman ist, ist ja das große Ende, was genauso wie die Handlung des Buches insgesamt völliger Schwachsinn ist, dieses Ding mit den ägyptischen Hausmeistern. Ja. Ihr dürft euch also auf eine spannende Folge freuen. Und da wir ja hier in diesem Format keinen Jonas haben, was ich sehr traurig finde, muss ich dann wohl kurz mal den Inhalt zusammenfassen. Genau. Ja, also das Buch spielt an dem Osterwochenende des Jahres 1982 und wir erleben Joe Nevers, ein Hausmeister in dieser Gegend, der seit 50 Jahren diesen Job macht und die Sommerhäuser am See betreut, wie er während eines Schneesturms die Witwe Tori Christopher vorfindet. Die beiden kennen sich schon seit sehr, sehr vielen Jahren und ihr geht es wohl nicht so gut. Sie scheint, ich betone, dass scheint, betrunken ihren alten Caddy zu Schrott gefahren zu haben in einer Schneewehe und Joe merkt bald, dass Tori gar nicht betrunken ist, sondern voll auf Schmerzmittel, dass sie an Krebs stirbt und dass sie in Ostern Selbstmord begehen will. Ja, Joe versucht den Caddy aus dem Schnee zu befreien, kriegt einen Herzinfarkt, wird unter dem Auto eingeklemmt. Und Tori rappelt sich so zusammen und holt ihn da raus. Das ist die Grabenhandlung und dann kommt das Komplizierte an dem Buch. Die Geschichte springt in diverse Zeitebenen hin und her, 40er, 50er, 60er, 70er Jahre und erzählt Buchstücke aus dem Leben von Joe und Tori und ihren Familien. Diese Geschichten, man kann nicht sagen, dass es Handlungsstränge wirklich sind, es ist sehr durcheinander erzählt und natürlich ergibt das Ganze am Ende dann halbwegs einen Sinn, aber darauf gehe ich jetzt nicht genauer ein. Das werden wir, glaube ich, jetzt gleich bei der Besprechung machen müssen, sonst kann man über das Buch gar nicht anders reden. Ja. Ja. Ich stelle mal die berühmte Dela-Frage. Wie fandet ihr es denn? Ich nehme mal meine Bewertung gleich ein bisschen vorneweg. Ich habe das Buch angefangen, dann habe ich die ersten 50 Seiten gelesen. Flo sagte, nein Dela, du kannst da nicht aussetzen, wir müssen dieses Buch machen. Ich las die nächsten 50 Seiten. Ich fragte Flo wieder, können wir das nicht einfach unter uns nicht fallen lassen? Nein Dela, wir können das Buch nicht einfach unter uns nicht fallen lassen. Ich lese das. Ich las also weiter. Ich hatte unglaubliche Probleme, in dieses dumme Buch reinzukommen und es hat ewig gedauert und es hat ewig gedauert und irgendwann hat es einen Klickmoment gegeben und ab da war dieses Buch gut. Und ab da wurde dieses Buch auch im Rückblick plötzlich gut. Aber das, also, ja, im Nachgang macht es Spaß, aber die Hemmschwelle in dieses Buch reinzukommen. Ist so unglaublich groß, dass es unnormal ist. Ich möchte betonen, ich habe nie gesagt, wir müssen das besprechen. Ich habe gesagt, ich habe es gelesen, jetzt musst du das auch. Ich leide nicht allein. Ja, Julia, wie ging es dir denn damit? Wie es mir damit ging, mir geht es auch immer noch damit. Ich bin, um ehrlich zu sein, etwas verwirrt. Also ich habe mir sehr schwer getan mit dem Anfang. Ich habe mich da wirklich durchgequält, es immer wieder weggelegt. Ich hatte zwar dann auch so einen Moment, wo es auf einmal so klack machte und es schneller ging. Aber, und das ist ein großes Aber, das war tatsächlich die Lebensgeschichte von Tori, die mich dann gefesselt hat. Und der ganze andere Kram hat mich gestört. Und damit war das Buch für mich irgendwie sehr, sehr schwierig, um ehrlich zu sein. Frage an der Stelle. Ich weiß nicht, wann bei dir der Klick-Moment da war, ob das ein Erkenntnis-Klick war oder ein, ich bin einfach weit genug, dass es Klick macht. Denn bei mir war es tatsächlich der Moment, als ich für mich beschlossen habe, mir ist die Handlung egal. Ich konzentriere mich jetzt auf den Rest. Es war schon ein inhaltlicher Klick, würde ich sagen. Also es war der Moment, in dem man mehr über Tori erfahren hat und wie sie Guy das erste Mal begegnet, um ehrlich zu sein. Ja, und ich habe das Buch mittlerweile zum dritten Mal gelesen. Oh Gott, du Armer. Du stehst echt auf Schmerzen, oder? Naja, ich habe es 2018, ich habe extra nachgeschaut, das erste Mal gelesen. In Vorbereitung auf eine eventuelle zweite Folge dieses Podcasts. Und als ich es dann 2022 in Vorbereitung auf eine eventuelle Folge dieses Podcasts nochmal gelesen habe, ich habe mich an nichts mehr erinnert. Als ich es dann letztes, oder Anfang dieses, was haben wir denn jetzt eigentlich? 24. Anfang dieses Jahres das dritte Mal gelesen habe, habe ich mich an nichts mehr erinnert. Aber es kam dann beim Lesen natürlich doch immer wieder etwas hoch. Und ich glaube, das Mehrfachlesen tut dem Buch gut, weil man dann doch diese ganzen wirren Teilstücke der Erzählung ein bisschen früher irgendwie nochmal zuordnen kann. Dennoch, bis man da reinkommt, es hat bei mir auch wieder ewig gedauert. Also, es ist kein einfach zu lesendes Buch. Ich glaube, unseren Hörerinnen und Hörern möchte ich die ganze Sache ein bisschen einfacher machen. Und deswegen würde ich mal ganz kurz zusammenfassen, was wir wissen. Also, wie gesagt, die Grundpremisse ist die, zwei alternde Menschen sind gefangen in einer misslichen Lage und stellen sich am Ende ihrer potenziellen Leben, aus mehreren Gründen, ihren gemeinsamen und individuellen Erinnerungen und Schwächen. Und weil es eben diese Erinnerungsfetze sind, ist das Buch absolut nicht chronologisch erzählt. Und es wechselt halt auch immer wieder die Perspektive zwischen Dory, das ist die reiche Witwe, und Joe, das ist der Hausmeister. Kommen wir also gleich dazu, wer die Charaktere sind. Ich rede noch gar nicht mal darüber, dass wir über die Charaktere reden, aber nur damit wir mal die Namen geklärt haben. Joe ist unser Hausmeister. Er war zweimal verheiratet. Einmal mit Marion, die läuft ihm davon. Dann seine zweite Frau war Koa, die stirbt irgendwann im Verlauf des Buches an Krebs. Tory hingegen ist auch verheiratet gewesen mit Guy. Das war wie gesagt, der Mann, der stirbt einfach irgendwann, wahrscheinlich an Nachwirkungen von Trauer und so weiter. Warum? Kommen wir gleich zu. Außerdem hat Tory zwei Freunde, Dana und Jeannie. Das sind beide Freunde, also genau genommen Freunde von Guy. Und sie haben mit Guy eine Dreiecksaffäre. Kommt ihr schon nicht mehr mit? Noch ja, aber ich habe das Buch auch dreimal gelesen. Ich musste mir wirklich, am Ende habe ich mir eine Charakterliste geschrieben, damit ich überhaupt begreife, von wem wir überhaupt reden. Ich finde das total spannend, weil du hast eine Charakterliste gemacht und ich bin hingegangen und habe quasi jedes Kapitel mit Jahreszahl aufgeschrieben und es dann chronologisch geordnet, um durchzublicken. Gut, dann geht es weiter. Tory hat außerdem zwei Söhne. Oder hatte zwei Söhne. Einmal Tommi. Dieser Sohn stirbt an Herzversagen, nachdem er beim Baseball sich eine Infektion zuzieht. Auch die dimmstmögliche Art zu sterben, aber egal. Also dieses Kind heißt Tommi. Und sie hat noch den Sohn David. Dieser ist der zweite Sohn, der scheint, zumindest soweit ich das Buch verstanden habe, bis zum Ende des Buches zu leben. Und es gibt noch eine Tochter, nämlich India. Deren Vaterschaft ist wohl zweifelhaft. Und sie stirbt auch sehr jung, denn sie wird erschossen von einem unbekannten Menschen, aber wahrscheinlich von Korwa. Also von der Ex-Frau von Joe, als dieser noch gelebt hat. Ja. Das hast du schön zusammengefasst. Jetzt blicke ich erst durch. Also ich fand tatsächlich, dass das geholfen hat, aber wenn man schon das erklären muss im Nachgang und mit einem Whiteboard und vielen verschiedenen Schnürchen das verbinden muss, dann ist da einfach was schiefgelaufen im Buch. Absolut. Also ich wollte meinen Eltern erzählen, worum es gerade in diesem Buch geht. Also ich finde es total nett, dass sie sich für mein Hobby interessieren. Ja. Und es gibt so ein Spiel zwischen meinem Vater und mir und zwar, nenne den Inhalt mit maximal zwei Sätzen. Und ich fing heute an, von dem Buch zu erzählen und er hob seine zwei Finger mir entgegen und ich guckte ihn an und blaffte nur, Papa, ganz ehrlich, mit zwei Sätzen ist es bei diesem Buch nicht getan. Das Schlimme ist, ich würde dir widersprechen, weil der Inhalt des Buches, den kannst du in einem anderthalben Satz sogar zusammenfassen. Aber der Inhalt ist halt nicht das, worum es hier geht. Vermutlich. Aber ich war noch so verwirrt, weil ich hatte es gerade fertig gelesen. Also ich bin ganz frisch heute fertig geworden. Und es war für mich einfach nur so ein Wow. Morgen könnte ich es wahrscheinlich auch in zwei Sätzen zusammenfassen. Ich glaube, morgen habe ich es wieder vergessen. Ja. Ein Teil des Problems, was mir als erstes aufgefallen ist und was ich unglaublich furchtbar fand. Ja, ich weiß, es war zur damaligen Zeit normal, dass die Söhne nach den Vietern benannt werden. Aber dass Toreys Vater, Bruder und Sohn Tom heißen, ist literarisch echt nicht hilfreich. Nee, gar nicht. Ich wusste auch irgendwann so, Moment, welcher Tom ist jetzt gestorben? Aber der starb doch irgendwann anders. Ach nee, das war jetzt der Vater. Nee, war es der Vater. Furchtbar. Wirklich, bin ich bei dir. Nicht gut. Ich meine, gut, sie hat es versucht gut zu lösen, indem sie verschiedene Spitznamen eingeführt hat. Ja, das stimmt. Ja, ich musste da an eine saarländische Familie denken. Tom. Vater oder Bruder? Ist das nicht das Gleiche? Naja, gut, entlassen wir das. Ach, ach, ach. Aber, wir haben gerade schon gesagt, es ist wirklich schwierig, über dieses Buch, über die Handlungsebene zu reden. Und Flor, du erinnerst dich bestimmt noch an unsere Folge zu Puppenhaus. Und ich glaube, da hatten wir dasselbe Problem. Da waren wir auch der Meinung, das hätte eine gute Handlung sein können. Und stattdessen war es ein Furze Wind. Äh, ja. Und nein, ich erinnere mich nicht mehr so richtig an die Folge. Ich habe die auch verdrängt. Aber, äh, ja, ich erinnere mich an viel Schreierei. Okay. Ähm, ja. Wobei das tatsächlich, doch, es hatte Handlung, aber, ähm, die war halt kompletter Blödsinn. Und zwar Blödsinn auf der fantastischen Ebene noch. Da ist das Buch dann hier besser, dass es wenigstens dann realistischer Blödsinn. Ach, ach, ach. Wollen wir, weil eben, wie gesagt, über die Handlungsebene in das Buch reingehen, ist meiner Meinung nach unmöglich. Und deswegen habe ich für mich dieses Buch ein bisschen in Themenblöcke analysiert. Und ich würde gerne anfangen mit dem Thema Charaktere schrägstrich Chemie. Weil, das ist für mich meiner Meinung nach der absolute Pluspunkt an diesem Buch. Wo ich bei Kings Charakteren, also bei Stephen Kings Charakteren, sehr oft wahnsinnige Probleme habe, ein Gefühl für die Charaktere und ihre Beziehung zu kriegen, hat das hier bei mir sofort Klick gemacht. Das war perfekt. Also, wir konzentrieren uns jetzt erstmal wirklich auf Joe und Tori. Und, ja, ich kann dir hier tatsächlich mal zustimmen. Also, man nimmt den beiden ab, was sie sind. Und dass sie sich echt seit so vielen Jahrzehnten kennen. Und die Beziehung, die ja lange Zeit in diesem Buch immer noch so ein bisschen fragwürdig ist, was war denn jetzt genau zwischen den beiden und war was zwischen den beiden und wie und was und warum. Das spürt man zwischen den Charakteren tatsächlich. Und das fand ich echt gut umgesetzt. Überhaupt fand ich den ganzen Schreibstil besser als bei ihrem Mann. Das muss ich echt sagen. Das auf alle Fälle, ja. Zugegebenermaßen auch unübersichtlicher als bei ihrem Mann. Aber sehr viel persönlicher, finde ich. Das Erste, was ich sagen muss, was mir wahnsinnig gut gefallen hat, ist dieser innerliche Widerspruch vom schüchternen Schürzenjäger. Denn das hat mir wahnsinnig gut gefallen bei Joe, dass er einerseits total schüchtern ist und andererseits aber jeden Rock lang macht, der ihm irgendwie unter die Finger kommt. Das ist fantastisch. Ich fand das gerade so süß, wie du dich gefreut hast. Das auch. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich auch gehundert so, wie geht das? Wie ist das möglich, dass dieser Mann so ein Schürzenjäger ist? Weil so wie man ihn kennenlernt, würde man davon jetzt nicht unbedingt ausgehen. Doch, also ich kenne solche Typen und ich kenne auch den Effekt. Und ich weiß, dass das funktionieren kann. Ich meine, es gibt genau zwei Möglichkeiten. Entweder man hat einen sehr gesunden Gottkomplex oder das genaue Gegenteil. Aber beides funktioniert. Aber ich mag tatsächlich, wie sie ihn hier dargestellt hat. Ja, das verleiht dem Charakter auch gleich nochmal eine ganz andere Tiefe. Weil er ist nicht einseitig. Er ist tatsächlich vielschichtig. Und das hat mir auch Spaß gemacht. Und ja, ich kenne das auch. Mit Tobi habe ich mich tatsächlich deutlich schwerer getan. Ja. In sie als Charakter kam ich nicht so richtig rein. Also erstmal fand ich sie halt unsympathisch. Aber gut, da kannte man sie ja noch nicht so wirklich gut. Dann habe ich so gedacht, okay, spannend, interessant. Ich fing an, sie zu mögen. Und irgendwann kippte das wieder so ein bisschen. Weil ich dachte, was zur Hölle passiert da eigentlich? Also, dann konnte ich sie wieder nicht greifen. Also, da ist Joe tatsächlich, er ist nicht simpel. Auf keinen Fall. Und er hat auch einen Tiefgang. Aber ich fand ihn einfacher zu greifen tatsächlich. Das ist lustig, weil bei mir war es so, dass es bei Joe eine Szene gab, wo seine komplette Sympathie, die er bis dann bei mir aufgebaut hatte, gekippt ist. Als er seine Frau geschlagen hat. Ja, da kommen wir dann gleich. Aber lustigerweise, gleich im selben Atemzug, hat er diesen Sympathiepunkt nicht zurückgewonnen, aber wieder einen großen Teil Land gewonnen, möchte ich mal sagen. Mit seiner Reaktion darauf. Aber wie gesagt, das ist ein eigener Themenblock. Ich würde da separat da drauf gehen. Okay. Wobei ich das schwierig finde, das vom Charakter halt so trennen. Aber wir können ja dann wieder eine Verknüpfung zum Charakter darstellen. Ja, okay. Was bei mir wirklich funktioniert hat, war die Chemie zwischen Joe und Tori. Dieses sexuell Aufgeladene, dieses gleichzeitig Ungezwungene. Du merkst aber, dass diese ganze Beziehung auf Glatteis gebaut ist. Aber eben gleichzeitig von diesem Geplänkel lebt. Und auch ohne, also zumindest mir ging es so, auch ohne, dass man den Kontext des Buches kannte, merkt man sofort, dass dieser, oh mein Gott, nein, Joe Niven, Witz beim Ficken entstanden sein muss. Das konnte gar nicht anders sein. Oder ist das wieder nur mein Humor? Vermutlich nicht, aber du erzählst es schön. Ja, du erzählst es sehr schön. Naja, aber habt ihr den Subtext, dass die beiden was miteinander hatten, ganz am Anfang des Buches schon verstanden? Ich war mir nicht sicher. Erst dachte ich so, ja, die hatten was. Dann dachte ich so, nee, scheinbar nicht. Dann wieder ja, dann wieder nein. Und dann kam die Szene, wo sie was miteinander hatten. Und dann dachte ich so, ach ja, guck an. Ja, ich war mir auch am Anfang nicht so ganz sicher. Ich meine, jetzt beim Lesen wusste ich es dann, aber so beim ersten Mal, ja, 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 nein, vielleicht doch. Ach ja, jetzt, okay, ja, nein. Nee, also das war bei mir eigentlich ab dem ersten Mal, wo dieser, oh mein Gott, nein, Joe Niven, Witz das erste Mal gemacht wird, ab da war mir klar, was zwischen den beiden gelaufen ist oder eventuell sogar immer noch läuft. Und ich muss sagen, Flo, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber die Beziehung von diesen beiden erinnert mich an die beste Beziehung, die King jemals in seinem Universum erfunden hat. Und das ist die aus Glas zwischen der Schwester des Bürgermeisters und dem Banditen Jonas. Kannst du dich erinnern? Nein, überhaupt nicht. Diese Beziehung, beziehungsweise diese Affäre damals in Glas wird charakterisiert mit, sie liebten sich wie Fretchen, wie Katzen, mit Katzen und Beißen und Fluchen. Und das ist genau das. Ich finde, die kannst du deckungsgleich aufeinanderleiten, diese beiden Konzepte. Ja, so ganz dunkel erinnere ich mich an diese wirklich sehr kleinen Nebenfiguren in Glas. Die war zwar nicht so klein. Naja, ist ein dickes Buch. Aber ja, doch, passt aufeinander. Wobei, ich würde eher sagen, wie alte Frettchen mittlerweile. Ja, genau. Also es ist nicht mehr so ganz offensichtlich. Man fällt halt nicht übereinander her, sondern man macht erst mal ein paar anzügliche Witze und dann geht's rund. Aber ja. Wollen wir vielleicht mit dieser Überleitung gleich in das Thema Alter gehen? Schade, ich dachte jetzt geht es um Frettchen, aber okay. Denn ich mag es tatsächlich, dass wir hier Charaktere haben, die beide schon etwas älteren Semesters sind und bei denen vor allem auch untereinander noch ein großer Altersunterschied besteht. Das hat mir echt gut gefallen, weil es eben keine verliebten, dummen Teenager sind, sondern beide Menschen mit einer echt heftigen, schweren Vorgeschichte, die dann aber eben ihren jeweiligen Ballast irgendwie miteinander verbinden. Das hat mir gut gefallen. Ja, also Joe ist 73, wenn ich mich richtig erinnere, und Tori 60? Ich glaube ja. Bin ich da richtig? Ja, das fand ich auch sehr interessant. Jetzt ist es halt im King-Podcast, wir machen halt immer King-Vergleiche. King hat lange gebraucht, bis er angefangen hat, über ältere Leute zu schreiben. Deswegen schlaflos, würde ich sagen. Ist schlaflos so spät gewesen? Das war also 10, 15 Jahre nach diesem Buch, ja. Ja, okay. Deswegen finde ich das wirklich überraschend, so als zweiten Roman einer damals ja noch relativ jungen Frau, zwei so alte Figuren und dann aber auch wirklich gut umgesetzt zu finden. Da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, aber ich war positiv überrascht. Vor allem, weil es auch mal wirklich was anderes ist, als, wie du sagst, immer so die jungen Leute. Und vor allem, dass es eben nicht in die klassischen Klischees abgleitet. Also es ist eben nicht dieses der alte Mann als asexuelles Wesen. Genau das ist es eben nicht. Was ich auch sehr schön fand, ist, wie wir das Alter nutzen, um die Beschreibung dieses Ortes und da dort herrschenden Hierarchien so ein bisschen zu pushen. Das ist gleich am Anfang vom Buch, als man in dieser, ja, in diesem, wie nennt man das, in diesem Dorfladen, sag ich mal, ist. Und irgendein Typ macht dann einen bösen Witz, von wegen der alte Mann soll sich doch nicht so aufregen, weil sonst kriegt er einen frei. Und wird erst mal von der heilen Belegschaft in diesem Laden zusammengeschissen, dass man nicht solche Witze macht, weil das hat schon ganz andere erwischt. Und Joe Nevin ist unsterblich, so ungefähr. Und du als, in Anführungsstrichen, Jungspund hast solche Witze nicht zu machen. Das fand ich super. Ja, das hat irgendwie so gleich in diesem Ort so eine Hierarchie ausgemacht. Genau. Also da hätte ich gerne mehr gehabt von. Und ich bin gespannt, also ich werde natürlich die anderen Romane auch noch lesen, so oder so. Ob wir das hier machen, das entscheidet sich noch. Ich bin gespannt, wie man halt in diesen Ort zurückkehrt, was man da noch erzählt bekommt und ob diese Figuren vielleicht auch noch mal auftauchen. Also ich würde mich wundern, wenn nicht... Ich meine, er redet jetzt auch von Joe und von Tori und von den ganzen anderen. Aber das hat dem Ganzen auch so ein bisschen Lebendigkeit noch verliehen. Wie hat denn diese Stadt für euch allgemein... Ich meine, du hast schon gesagt, wir werden in dieses Nest mehrfach zurückkehren. Also eventuell. Wenn man mit den Büchern weitermacht, kehrt man in dieses Nest zurück. Wenn du es jetzt vergleichst zu einem, sagen wir Castle Walk oder sowas, war die Stadt für dich lebendig? Sie hatte gute Ansätze. Dadurch, dass wir halt auch diese Zeitsprünge haben, konnte ich mich nicht so ganz auf die Stadt einlassen, sondern musste mich auf die Haupthandlung konzentrieren, auf die Hauptfiguren. Aber das, was ich so mitbekommen habe, hat mir schon gefallen. Also es fehlt noch so der letzte Stoß, und wo du es gerade erwähnt hast, Castle Rock wird ja auch erwähnt, als eine der Nachbarstädte. Also wir sind nicht so weit weg von dem Werk ihres Mannes. Julia, wie siehst du die Sache? Mit der Stadt? Ich fand, dass hier halt sehr wenig beschrieben wird, aber man kann es sich trotzdem vorstellen, weil die Natur wird beschrieben, sehr intensiv. Man hat gewisse Anhaltspunkte und vor allen Dingen das Kollektiv. Der Bewohner schafft doch Atmosphäre. Also man hat ja nur wenige Vertreter von den Anwohnern. Also man hat zum Beispiel Cora als Nebenfigur oder die Frau vom Arzt oder diese Geneva, die mal einmal mitgenommen wird, diese alte Dame. Und dann auch so im Laufe der Geschichte, wo man immer wieder so Events geschildert bekommt, wo man einen Einblick bekommt in diese Community. und das fand ich eigentlich sehr schön gemacht, weil man hatte so wirklich das Gefühl, okay, man kriegt die Atmosphäre mit und fand ich schon ansprechend soweit oder zumindest realistisch, ja. Okay. Beim Thema Realismus würde ich gleich ins nächste Segment gehen. Wenn ich euch zu schnell bin und ihr wollt noch irgendwo was ergänzen, müsst ihr sagen, ne? Wir schreien dann dazwischen. Denn das Nächste, was ich sehr realistisch finde, wie hier damit umgegangen wird, ist das Thema Sucht. Denn wir haben hier das Thema Alkoholismus drin, wir haben hier das Thema Schmerzmittel drin und so weiter. Und vor allem die unterschiedlichen Gründe für Süchte. Denn ich finde, Joe trinkt aus Frust und weil ihn keiner auffällt. Und bei Tori ist es im Prinzip was anderes, weil sie trinkt, weil sie Gewohnheitstrinkerin ist, weil sie es auch nur so von zu Hause kennt. Es gibt dann so eine Szene, wo sie mit ihren Eltern essen geht und ihre Mutter eigentlich zu dem Zeitpunkt schon stürzbesoffen ist. Aber offensichtlich noch so weit funktioniert, dass es andeutet, dass sie halt Leveltrinkerin ist und demzufolge, dass auch nichts Unübliches ist. Und was ich sehr, sehr mag, was ich sehr, sehr zu schätzen weiß, ist, dass hier der Subtext mit drin ist von Ein Säufer ist ein Säufer. Man braucht keine Tragödie, um einer zu werben, aber helfen wird es auch nicht. Und ich glaube, da kommt wahrscheinlich wirklich Tabitha ist eher mit rein. Denn ich meine, mit Alkoholismus und Süchten kennt sie sich, glaube ich, doch sehr gut aus mittlerweile. Ja, und gerade auch in diesem Zeitraum, also wie gesagt, frühe 80er Jahre, da war King ja noch voll drauf. Und ich finde es aber, also ich meine, King hat das Thema ja auch ziemlich oft in seinen Büchern untergebracht. Aber ich finde es, von diesem Standpunkt aus erzählt zu bekommen, ist wieder etwas anderes. Also King spricht halt aus der Erfahrung eines Süchtigen raus. Aber seine Frau schreibt, ja, von einem Familienmitglied. Also sie kann das Ganze von außen beobachten und hat wahrscheinlich dadurch nochmal einen ganz, ganz anderen Blick drauf. Und gleichzeitig ist sie nah genug dran, um so die inneren Abläufe zu verstehen. Ja, und ich glaube, um auch diese ganzen obligatorischen, ohne das negativ zu meinen, Ausreden in Anführungsstrichen, die der Süchtige nun mal hat. Ich meine, Ausreden sind ein Hauptelement von Sucht. Das ist einfach so. Und Selbstrechtfertigungen. Und die quasi zu entmanteln und das eben genauso, nein, sie ist nicht Trinkerin wegen der Tragödien, die in ihrem Leben passiert sind. Die war auch vorher schon so. Das hat es natürlich nicht besser gemacht, aber die hat auch vorher schon gesoffen. Das finde ich sehr, sehr wichtig und sehr, sehr gut umgesetzt. Ja, ich auch. Also gerade diese Elemente fand ich echt stark in diesem Roman. Das stimmt auf alle Fälle, wobei ich es wirklich bei Joe wiederum irgendwie faszinierend fand, dass man von außen, also er hat es von außen so oft gesagt bekommen, dieses, naja, du trinkst wegen deiner schlechten Ehe. Und er hat es immer so ein bisschen so abgetan, hatte ich so das Gefühl. Und das fand ich irgendwie spannend, so dieser Aspekt, so dem Drumherum oder dem Umfeld ist es schon klar und jeder weiß, woher das kommt und deswegen hat man auch so ein gewisses Verständnis dafür. Während es bei Tori ja schon so dieses, genau das, naja, Gewohnheitstrinkerin halt und es ist dieselbe Suchterkrankung. Es sind beides Alkoholiker, aber bei dem einen wird es eher sozusagen zumindest auch in diesem Dorf akzeptiert, weil alle die Frau von Joe kennen und bei Tori gerade so als Außenstehende und mit diesem Gewohnheitsalkoholismus ist es nochmal was anderes. Ja, es ist dieser Vergleich, dass die Umstände scheißegal sind, wenn du säufst, säufst du. Ja, genau das. Ja, und ich meine dieses Thema von externer Rechtfertigung, vor allem, dass der eine ortsfremd ist und der andere nicht. Ich glaube, das kommt in diesem Buch auch an anderen Stellen nochmal deutlich raus. Da kommen wir gleich dazu. Ich will an der Stelle zum Thema Sucht noch zwei Zitate bringen. Einmal, vor allem der Gedanke, er könne sichtig sein, macht ihm Sorgen. Er war der Überzeugung, dass ein Mann, dessen Wünsche zu seinen Bedürfnissen geworden sind, von sich selbst wissen muss, dass er verloren ist. Das ist für mich ein Satz, der ist absolut on point. Das ist das. Das fasst das gesamte Grundproblem von Sucht zusammen. Und dann hätte ich noch, er hatte beobachtet, dass es Menschen gab, die nicht trinken sollten und manche, die es konnten und zweifellos gab es auch manche, die trinken sollten und es ließen. Und das ist halt auch wieder der Punkt. Es gibt so viele, bei denen man es echt verstehen würde, wenn sie saufen würden. Aber sie machen es nicht. Ja. Gut. Dann würde ich jetzt in den richtig großen Themen blocken, also es gibt für mich zwei richtig große Themenblicke und das ist einer davon, nämlich in das Thema Gewalt in diesem Buch gehen. Und da haben wir mehrere Momente. Wir haben einmal körperliche Gewalt, also mehrfach körperliche Gewalt. Wir haben psychische Gewalt, aber auch die hier thematisiert wird. Wir haben aber vor allem auch den Umgang mit der Thematik Gewalt. Und das finde ich ist in diesem Buch ein wahnsinnig starker Faktor, den wir dringend besprechen müssen. Habt ihr das denn grundsätzlich als Schwerpunkt überhaupt erstmal rausgelesen? Ich hab's nicht als Schwerpunkt gelesen, aber was mir direkt natürlich aufgefallen ist, ist dieser Unterschied, ich komm wieder auf King, dieser Unterschied zwischen der Gewalt in einem Horrorroman, die ja meistens vorhanden ist und die ja meistens blutig und grausam ist und zwischen dieser hier beschriebenen teilweise auch ziemlich auf die Spitze getriebenen alltäglichen Gewalt. Und ja, das ist irgendwie auch bedrückender, dieser Umgang hiermit, als wenn jemand in Stücke gerissen wird. Also, ja. Gut. Ich fang mal an. Wir haben erstens, also, nein, Moment, bevor ich anfange. Wir reden jetzt über das Thema Gewalt, wir reden an dieser Stelle auch über das Thema sexuelle Gewalt. Und ich werde zumindest eine Zitatstelle bringen, die recht deutlich ist. Deswegen an der Stelle, wenn ihr mit diesem Thema ein Problem habt, ich mach ja Kapitel 9, überspringt vielleicht diesen Teil. Weil der könnte euch eventuell psychisch ein bisschen treten. Deswegen kleine Warnung an der Stelle. Aber, wir fangen an mit incestuöser sexueller Gewalt. Denn die wird hier nicht deutlich beschrieben, aber doch beschrieben, als Carol, also die Ex-Frau von Joe, ich glaube schon in... Äh, Cora. Ja, Cora. Entschuldigung, natürlich. Äh, Cora, ich glaube sogar schon im Endstadium ihrer Erkrankung von ihrem Vater erzählt. Und wie der versucht hat, sexuelle Annäherungsversuche von sich zu geben, bis er von ihrem Mann dann tatsächlich, ja, einmal ordentlich verbündigt worden ist und sie sich auch selber gewert hat. Nein, das stimmt nicht, Korrektur. Sie selber hat sich gewehrt und hat ihn entsprechend in die Weichsteile getreten. Ihr Mann war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, also ihr erster Mann war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon tot. Ja, ich, ja? Nee, ich glaube nicht, dass er schon tot war. Ich glaube, er war noch nicht da und sie hat ihm, ihrem Vater angedroht, so warte nur, wenn er dann kommt. War das nicht irgendwie sowas? Ich dachte, es ging darum, der hat sich schon weggeräumt und ihr Vater hat das im Nachgang quasi, ja, hättest du lieber einen richtigen Mann wie mich genommen. So habe ich das verstanden. Aber ich kann mich auch falsch erinnern. Möglich. Aber wichtig ist hier an der Stelle, sie braucht nicht den Mann, um sich zu verteidigen, sondern sie wehrt sich selbst. Das ist für mich ein ganz wichtiger Faktor hier drin. Denn das haben wir ja in Kingbüchern zum Beispiel, ne, das Spiel, auch bei Dolores, dauert es ja echt lange, bis da mal eine Figur sich wehrt. Ja. Das stimmt schon. Allerdings habe ich da ein bisschen einen anderen Schwerpunkt gesetzt, jetzt unabhängig davon, dass sie sich da wehrt. Für mich war das Erschreckende, eher, dass sie trotz allem und auch obwohl sie sich gewehrt hat, ihren Vater doch irgendwie glorifiziert hat. Ja. Als den Mann schlechthin. Irgendwo. Also sie wusste, es ist falsch, es ist nicht richtig, sie wehrt sich und gleichzeitig diese komplett abgefahrene Ambivalenz hin zu dieses, der war ein richtiger Mann. Ja, aber ich glaube... Und auch die Definition von der richtigen Frau darüber. Also, sie ist eine richtige Frau, weil ihr Papa hat ihr das gesagt. Und dann auch gleichzeitig die Verurteilung anderer Frauen, wie zum Beispiel Tori, die jetzt nicht in gewissen traditionellen Gebilden denkt und Rollen aufgeht und obgleich sie ihre Anschauung unter anderem aus diesem Missbrauch mitgezogen hat. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, da war ich verwirrt. Ich war wirklich verwirrt. Das war ein Punkt an dieser Argumentation, den konnte ich... Der ist verstörend. Auf jeden Fall. Bin ich hundertprozentig bei dir. Den kann man aber, glaube ich, wenn man ein gewisses Mindset hat, durchaus haben. Ich weiß nicht, ob das blöd formuliert ist, aber Umgang mit solchen Situationen ist natürlich von Mensch zu Mensch unterschiedlich und so weiter und so fort. Ich glaube aber, dass da eine ganz perverse Form von Selbstvalidierung darüber durchaus passieren kann. Ja, also ich streite das auch nicht ab, auf gar keinen Fall. Das würde ich mir auch niemals anmaßen, weil ich Gott sei Dank zum Glück solche Erfahrungen nie gemacht habe und auch meines Wissens im Umfeld dahingehend nichts vorgefallen ist. Zumindest nicht im familiären Kreis. Von daher, dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Maße mir aber auch genau deswegen nicht an über die Reaktionen, auch wenn es hier fiktive Personen sind, in irgendeiner Art und Weise mir eine Meinung zu bilden oder zu urteilen. Ich sage nur, es war für mich sehr, sehr verwirrend, um ehrlich zu sein. Ich will auch damit noch sagen, ja, es ist verstörend. Nein, ich glaube nicht, dass es vollkommen unrealistisch ist. Wie gesagt, ich möchte das nicht bewerben, ich sage dazu nur, das gibt es und es ist ein Effekt, den man haben kann, je nachdem, wie die Persönlichkeitsbildung so stattgefunden hat. Jetzt kommen wir wieder zu der Szene von Joe, wo ich gerade sagte, der Mann war mir bis zu einem gewissen Punkt sympathisch, bis zu dieser Szene und dann wurde es schlagartig schlimm. Und das ist der Moment, wo er angefangen hat, seine Frau zu schlagen. Das war für mich ein hartes Sehner, weil ich ihn echt sympathisch fand und er dann erst mal komplett von 100 auf 0 zurückgekracht ist. Aber der Moment, wo es ein bisschen wieder für mich lang gewonnen hat, ist, dass er nicht nur sich schlecht fühlt, dass er es getan hat, das ist halt persönliches Pech, armer Junge, dass er sich da jetzt Vorwürfe macht, aber nein, er fühlt sich vor allem deshalb schlecht, weil andere Leute versuchen, eine Entschuldigung für seinen gewalttätigen Auswahl zu finden. Und dass er das erstens erkennt und zweitens auch den Anstand hat, sich deswegen beschissen zu fühlen, das hat für mich wieder gewaltige Flusspunkte gegeben. Ja, das würde ich genauso sagen. Man kann es ihm nicht verzeihen, man kann sich aber trotzdem in ihn hinein versetzen und an sein Verhalten und seine Reaktion darauf. Und das fand ich auch stark geschrieben. Ich kann mich nicht erinnern, ich habe bestimmt schon mehr Bücher gesehen, in denen das umgesetzt wurde, aber das sticht hier doch schon heraus. Julia, bei dir, du hattest ja vorhin eine Meinung zu das, Sina. Also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, dass meine Sympathie für ihn jetzt nicht runtergekracht ist in dem Sinne. Für mich war es so, gut, die Härte, mit der er zugeschlagen hat, also zumindest wie das beschrieben wird, hat auch mich dann überrascht, muss ich ganz ehrlich gestehen, also als die Szene kam, dass er auf sie losgeht, wäre schon schlimm genug, wenn er ihr, was weiß ich, nur einen runtergehauen hätte, aber er hat ja ja wirklich auch die Nase gebrochen und alles. Ja, darf ich kurz einhaken an der Stelle? Ja. Ich glaube aber tatsächlich, also das hat mich überhaupt nicht großartig jetzt gezeigt, weil bei mir war der Gedanke, nicht weil er, er hätte jetzt überdimensioniert hart zugeschlagen, sondern einfach, ah, er ist nun mal ein handwerklich arbeitender Mensch und demzufolge hat er wahrscheinlich entsprechend viel Kraft in den Boden und zweitens, ich gehe davon aus, dass er seine Kraft einfach nicht kontrollieren kann. Also ich glaube, das war tatsächlich eine Gewalteinwirkung, die er selber nicht einschätzen konnte. Ja, bin ich bei dir. Also für mich war so der Punkt und das klingt jetzt so hart, es gibt keine Entschuldigung dafür, irgendeine Menschen zu schlagen, ist egal, ob männlich oder weiblich. Ich muss aber ganz ehrlich gestehen, ja, Cora hat ein scheiß Leben und sie führen keine gute Ehe, aber nach der psychischen Gewalt, die sie ihm gegenüber ausgeübt hat permanent und wir wissen alle, er ist sehr wortkarg, verbal ist er jetzt nicht so derjenige, der sich da wehrt. Es ist die falsche Art und Weise auf alle Fälle, keine Frage, aber ich konnte es ein Stück weit nachvollziehen in dem Moment. Es war nicht richtig, absolut nicht, keine Entschuldigung dafür, aber irgendwie ich konnte es nachvollziehen und ich konnte dann auch und ich fand das so gut gemacht, dass dieses Erschrecken dann, dass er über sich selbst erschrocken ist, was er da getan hat, dass das völlig gegen seine Natur eigentlich geht, dass er so nicht ist, dass er sich sofort um sie kümmert, sich zum Arzt bringt und auch eigentlich zu dem, was er getan hat, steht und auch erschrocken ist, was du eben schon da sagt hast, darüber, dass andere versuchen, ihn zu entschuldigen, dass er sich trotzdem damit schlecht fühlt, weil er sagt, das macht man nicht, das geht so nicht und gleichzeitig ist für mich die Frage, was hat diese Frau ihm die ganze Zeit angetan, dass er sie geschlagen hat, ohne, ja, natürlich ist es falsch und natürlich hätte man ihn anzeigen müssen und natürlich, weißt du, was ich meine? Ja, und gleichzeitig war das so und irgendwo und so ein kleines bisschen hat er mir so ein bisschen auch leid, also und damit fühle ich mich jetzt irgendwie nicht gut, weil er hat eine Frau geschlagen und es ist gleichzeitig so ein, oh Mann, Joe, wie konntest du? Ja, und gleichzeitig ist es so dieses, ja, also das war für mich eine emotionale Achterbahn. Das Lustige ist für mich, was du gerade beschreibst, also es ist bei mir jetzt ein Stück her, dass ich es gelesen habe, aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt, als er sich schlägt, wissen wir von dem psychischen Missbrauch doch nichts. Deswegen hat es für mich funktioniert, dass seine Sympathie für mich erst mal komplett in den Boden gefallen hat. Ah, okay, nein, ich fand Cora schon vorher total furchtbar. Ja, furchtbar fand ich sie auch. Und ich dachte, ich dachte die ganze Zeit, was ist das denn, wie geht die denn mit dem um, was ist das denn für eine Schnäpfe und vor allen Dingen, was hat er ihr denn jetzt getan, dass sie die ganze Zeit auf ihm rumhackt? Also da habe ich schon eher so ein bisschen gemerkt, dass sie quasi zumindest bis zu diesem Punkt, wo er die Hand erhebt, zumindest verbal der aktive, gewalttätige Part ist oder zumindest habe ich es geahnt und deswegen dachte ich so, ja, okay, das ist jetzt nicht sonderlich verwunderlich. Ich denke aber, das ist ein generelles Problem bei diesem Buch, zumindest für mich, aber wir haben es ja schon angedeutet, diese permanenten Sprünge, die scheinbar dafür da sind, um irgendwie Spannung aufzubauen, irgendwelche Fässer aufzumachen, irgendwelche Mysterien aufzubeschwören und du sitzt irgendwann nur noch da und denkst dir so, what the fuck, wer ist diese Person, wo ist das Problem, dann kommt das nächste, du hast das, was irgendwie 100 Seiten vorher war, schon wieder vergessen, auf einmal taucht das auf und genau das ist vielleicht auch der Punkt so an dieser Stelle. Also ich hatte Cora da noch so im Kopf, deswegen war es für mich jetzt nicht so schlimm, aber ich hatte es an anderen Stellen, wo ich gedacht habe, was zur Hölle ist hier los? Ja, das Problem hat es nicht nur du, das ist das, was mir das Buch, also, muss ich auch wieder aufteilen, das erste Mal, das zweite Mal, das dritte Mal gelesen. Beim ersten Mal habe ich das gelesen und habe gedacht, was zum Teufel will die Frau von mir? Warum hüpft die so hin und her? Später wusste ich es und es hat mich trotzdem noch gestört, aber man weiß, wo es drauf hinausläuft und das ist dann ein Punkt, da muss ich sagen, das hat jemand besser gemacht, also gerade, sagen wir mal, es oder sowas, das hüpfte ja auch hin und her und hin und her und da kommt man aber mit und das Buch hat mich hier öfter abgeschüttelt, es ist wie so ein Hase, der so hin und her läuft und Haken schlägt, genau, ja, und interessantes Stilmittel, aber wenn es den Leser irgendwann abschüttelt, ist es vielleicht nicht ganz richtig umgesetzt. Ja, bin ich komplett bei euch, aber ich glaube tatsächlich, gerade diese Szene und die Beziehung zu Koror wird für mich, also ja, die ging mir auch auf den Sack, die ging mir aber noch nicht auf einem Maßstab auf den Sack, wo ich sie schlagen wollte. Der Punkt war dann für mich, und das ist glaube ich das, wo die Erzählstruktur relevant wird, wir fangen an mit, die ist nervig, dann fangen wir an von das ganze Dorf, erzählt Joe die ganze Zeit, deine Frau ist schuld, nicht du, deine Frau ist schuld, nicht du, der erste Mann hat sie schon umgebracht, daran war die schuld, du bist nicht schuld, die ist das Problem. Also es wird permanent von diesem Dorf quasi auf ihn eingeredet, eingewirkt, deine Frau ist das Problem und nicht du. Was für mich als Leser natürlich heraufbeschwört, was ist das für ein Dorf voller Arschlöcher? Und dann kommt für mich der wichtige Punkt, das ist als wir Kovas Tochter kennenlernen. Und Kovas Tochter, die auch eine Außenstehende ist, hat genau dieselbe Meinung über ihre Mutter wie alle anderen. Und damit wird für mich diese ganze Szene zwischen Kovas und Joe nicht relativiert, aber in Kontext gesetzt. Eben genau dieser Punkt von die büstige Mutter und Frau, die permanent und permanent und permanent psychische Gewalt ausübt, bis ihr physische Gewalt angetan wird. Das hat für mich, gerade weil es so tippetappetur in Schritten sich angenähert hat der Wahrheit, für mich perfekt funktioniert. Ja, Ah, okay, ja gut. Also wie gesagt, ich hatte schon vorher das Gefühl, dass die psychische Gewalt aus, psychische, reden es um die Uhrzeit auch nicht mehr so einfach, merke ich. Also ich habe es schon gemerkt und für mich war das dann quasi so ein bisschen so die Bestätigung. auch wenn es eine Außenstehende war anfangs. Sie hat sich doch etabliert in der Gemeinde und hat zumindest Freundin gefunden und der Großteil hat ja immer wieder gesagt, sie ist schuld. Es gab aber auch welche, die gesagt haben, so mh. Und dann kam die Tochter und dieser erste Satz, den sie da Cora dann um die Ohren gehauen hat, so, hast du ihm dasselbe angetan wie meinem Vater und wo ich gedacht habe, okay, okay, es war wirklich wohl schlimm. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, vielleicht bin ich da auch so ein bisschen sensibler, was psychische Gewalt in einer Beziehung anbelangt, weil ich einst eine Freundschaft zu einer Frau hatte, also es war eigentlich meine beste Freundin, deren Mann massive psychische Gewalt ausgeübt hat, bis ich erst mal dahinter gekommen bin, weil das ist so manipulativ teilweise, also das ist so hinterfotzig, was da teilweise abläuft, das glaubt man nicht. Und ich hab mich dann auch irgendwann erwischt, wo ich gedacht hab, boah, ich möchte ihm so dermaßen eine aufs Maul hauen, das kannst du dir nicht vorstellen. Und ihr kennt mich, ich bin kein gewalttätiger Mensch, aber wo ich gedacht hab, noch einen Spruch und ich ramme dir echt die Faust ins, ja, selbst wenn ich danach von dir die Prügel beziehe, weil ich einfach so außer mir war und so hilflos und so diese, diese, es ist so übermächtig gewesen, diese Gewalt, die da Tag für Tag auf sie herniederprasselte und dann irgendwann auch bei mir landete. Deswegen konnte ich es vielleicht auch auf eine andere Art und Weise in dem Moment nachvollziehen, weil es einfach furchtbar ist. Ja. Es ist furchtbar. Ich bin bei dir. Ich glaube, das ist aber, ich komme aus einem ähnlichen Kontext, ähm, da ich aber glaube, dass ich von relativ jungem Alter an ein relativ hohes Level gewöhnt war, fand ich eben den Anfangszeit von Joe, der schlimm ist, den er da durchmachen muss. aber den fand ich bis zu dem Zeitpunkt noch in meiner Warte als, ja, die ist nervig, ja, aber noch nicht an dem Punkt, dass sie es schlagen muss. Weißt du, wie ich meine? Ja, ich verstehe, aber ich war wahrscheinlich schon so misstrauisch an dem Punkt zu dieses, was ist vor passiert? Was hat sie gemacht? Weil man hat ja schon gemerkt, dass ein Joe Nevers, der so ausgeglichen ist, weißt du, was ich meine? So alles hinnimmt, sich verbal nicht größer äußert, angesehen ist gut. Man weiß auch, dass die, die angesehen sind, in der Gemeinde nicht unbedingt die sind, die das Ansehen haben sollten. Ja, aber es war trotzdem, wir haben ja Joe anders kennengelernt und es war für mich so, what the fuck, was ist da abgelaufen? Wie hat sie ihn drangsalieren müssen, dass er an diesen Punkt gekommen ist? Und dann war es für mich quasi so dieses, oh ja, okay, als dann die Dorfgemeinschaft sich geäußert hat, der Arzt, ja, Tochter von ihr, wo ich gedacht habe, okay, es war wirklich schlimm. Also für mich war das eher so eine Bestätigung meiner Befürchtung, die ich schon hatte. Gut. Und jetzt müssen wir aber nochmal zu der Stelle kommen, wo es wirklich hart wird für mich und wo ich auch sagen muss, wir sagen die ganze Zeit, Joe ist verbal jetzt nicht so auf der Höhe, das ist gelogen. Also, es gibt eine Szene, gerade als er seine Frau da zum Arzt gebracht hat, mit dem Arzt, mit dem er ja seit Jahren befreundet ist und die Frau des Arztes ihm sagt, wenn du die noch einmal anfasst, zeige ich dich an und so weiter. Und er antwortet ihr, und ich zitiere an dieser Stelle, Glenn und ich sind schon Freunde, seit wir noch kurze Hosen anhatten. Das alleine hat mich davon abgehalten, dich beim ersten Mal, als ich dich gesehen habe, zu vergewaltigen. Ja. Okay. Mhm. Und jetzt wird es aber noch besser. Es geht nicht nur um diesen Satz. Die Reaktion darauf von ihrem Mann auf Joes Satz ist, ich hoffe, du bist nicht beleidigt. Dort grinste und legte sich dabei die Hand vor den Mund. Ach, Quatsch. Ich muss mich mit Hope einmal unterhalten, wenn wir nach Hause kommen. Ich sehe, dass sie nicht genug zu tun hat. Ich muss mich im Gegenteil bei dir entschuldigen. Die Sache geht sie nichts an und sie hat nicht das Recht, ihre Nase in andere Leute Angelegenheiten zu stecken. Pass nur auf, dass du ihr nicht eine fehlst, und er weiß, was dich das kosten würde. Also das war eigentlich für mich die harteste Stelle im ganzen Buch, bin ich auch nicht. Okay. Diese Konstellation von Nee, also ich glaube, ich kann das nicht mehr kommentieren, weil Du bist sprachlos. Ich weiß, dass der Umgang mit Gewalt ein gewisses Selbstverständnis in dieser Zeit hat, in der es spielt. Das sehe ich alles ein. Aber trotzdem ist der Selbstwirt in dieser Zeit echt hart. Also der Typ beleidigt oder der Typ droht der Frau seines Kumpels mit Vergewaltigung beziehungsweise macht einen Witz, dass er sie nicht vergewaltigt hat, weil sie ja Kumpel sind. Und die Reaktion des dazugehörigen Mannes ist, sich zu entschuldigen. Und die Frau hat ja nur nicht genug, die hat nicht genug Auslastung. Wollt ihr mich? Ja. Okay. Gut. Das nur dazu. Aber euch ist diese Szene nicht total aufgefallen? Ähm... Nee. Um ehrlich zu sein, nicht so ganz. Also aufgefallen, ja, aber ich habe es ja dann auch relativ schnell wieder, ähm, vergessen. Ähm, lag vielleicht auch daran, was er gesagt hat, war absolut nicht in Ordnung. Absolut nicht. Geht gar nicht. Ähm, auch nicht als Witz, war heftig. Ähm, gleichzeitig habe ich das gelesen, wie, wie sage ich das jetzt, ohne, dass es irgendwie falsch klingt. Das ist das Problem. Ähm, dieses, wir haben es mit zwei Männern zu tun, die mit zwei sehr eigenwilligen Personen verheiratet sind, nennen wir es mal so euphemistisch, wirklich euphemistisch ausgedrückt, ja. Und die... Sehe ich gar nicht, aber okay, reit weiter. Ich finde sowohl Cora als auch Hope absolut, also, gehen gar nicht. Und, aber das ist gut, meine Meinung. Und, ähm, für mich ist es halt der Austausch, quasi, von einer gewissen Wehrhaftigkeit irgendwie, ähm, die nicht okay ist. Also der Umgang mit dieser Situation und dieser Umgang damit ist nicht richtig für uns als Leser, absolut nicht. Ähm, aber ich habe es jetzt nicht so gewichtet wie du, um ehrlich zu sein. Wo? Ich sehe das, äh, so wie Julia, also, ja, es ist mir auch aufgestoßen, aber im Kontext des ganzen Buches ist es nicht hängen geblieben bei mir. Da fand ich andere Sachen krasser, um ehrlich zu sein. Was ich, was ich lustig finde und da kommen wir dann gleich zu einer der Szenen, die ihr wahrscheinlich meint, ähm, gerade dieser Umgang mit Gewalt und dieser Szene ist für mich eine perfekte Spiegelung, weil wir haben die Szene, wo Korra verbrüdelt wird und der Täter wird von allen in Schutz genommen und im nächsten Moment haben wir eine Szene, wo Tori verbrüdelt und vergewaltigt wird, woraufhin ohne Umwege zwei Männer ohne Umwege sofort sehr, sehr deutlich werden gegenüber dem Täter. Das heißt, wir haben in derselben Zeit zwei komplett unterschiedliche Umgänge mit dem Thema Gewalt und nur die Täter dass es eben zwei Arten gibt damit umzugehen in diesem Buch finde ich hervorragend geschrieben muss ich sagen. Ja, das habe ich schon quasi auf eine Art Generationswechsel zurückgeführt, um ehrlich zu sein. Okay, legitim? Ja, für mich war das, wir haben ja vorhin schon diese unterschiedliche Blickpunkte auf die Figuren angesprochen, auch schon beim Trinken zum Beispiel und für mich war das ein weiteres Beispiel von genau diesem. Ich such gerade, deswegen bin ich so still, wann das zwischen Cora und Joe vorgefallen ist. Ich will nicht, dass meine Notizen, meine chronologischen völlig für den allerwertesten sind, um ehrlich zu sein. Menno, jetzt finde ich es natürlich nicht, dabei habe ich mir so viel Mühe gegeben. Eieieiei. Ach, macht mal weiter, ich werde sie nicht befinden. Ich würde einfach in den nächsten großen, großen Themenkomplex gehen und das ist für mich der, weshalb das Buch im Nachgang betrachtet richtig, richtig gut geworden ist. Und das ist das Thema Feminismus, denn für mich ist das ein feministisch empowertes Buch. Warte mal ganz kurz, ich habe es gefunden. Ja, ich habe es gefunden und zwar, und zwar, das ist eigentlich, weil, du hast ja gesagt, das wäre zeitgleich, hätte das stattgefunden und das ist noch viel, viel spannender, wenn man das sieht, das was Cora passiert ist und das was Tori passiert ist. Und der Witz ist, Tori ist das 1949 passiert. Also ist sie noch zeitiger. Ja, sie ist wesentlich zeitiger, aber sie ist auch wesentlich jünger. Ja. Wir müssen auch daran denken, Joe und seine Altersgenossen sind halt ein gutes Stück älter. Und der Witz ist, 1962 schlägt Joe Cora und da ist der Umgang, wie du gesagt hast, ein ganz anderer. Also deswegen habe ich es eher so ein bisschen auf diesen Altersunterschied geschoben. Ähm, ja, genau, darauf wollte ich hinaus. Das ist schon eine hervorragende, hervorragende Einlaufung. Hm, genau, also ich glaube, wir haben es hier tatsächlich so ein bisschen mit so einem Generationswechsel zu tun und der Umgang mit, ähm, Gewalt, mit sexualisierter Gewalt und, ähm, dass sich das bei denen, bei den Älteren vielleicht auch nicht unbedingt, nehmen wir es mal, verwachsen hat. Hm. Äh, entschuldige, ich wollte dich dahingehend nicht unterbrechen. Machen wir weiter. Ja, ich mache dich. Ähm, wie gesagt, ich würde jetzt in das Thema Feminismus gehen und das ist mein größter Blog. Ähm, ich habe mehrere Schlaglichter, weshalb ich glaube, das ist ein feministisches Buch. Oh, jetzt bin ich gespannt. Punkt eins. Cora. Die Ziege, die sie nun mal ist, Punkt, übt die einzige Macht aus, die ihr in einer unglücklichen Ehe bleibt, indem sie sich mit dem Hebelhaus und Anzeige gegen Joes Scheidung werft und sie kommt damit durch. Punkt eins. Cora's Tochter entlehrt sich ebenfalls der gesellschaftlichen Konvention und nutzt Institutionen wie er nur und ausschließlich als Mittel zur Flucht aus dem Älteren Haus. Weil sie ist ja, es wird später glaube ich, erwähnt, mindestens bisexuell. Wir lernen sie Vögel dann irgendwann, Aber zumindest ihrem Ruf nach ist sie mit einer Frau zusammen. Sie war aber vorher verheiratet und hat diese Ehe einzig und allein genutzt als Mittel zur Flucht vor ihrer bekloppten Mutter. Alleine das, dass hier die Frauen plötzlich nicht mehr in ihrer Ehe gefangen sind und diese Ehe nur dafür da ist, um sie unter Kontrolle zu halten, nutzen sie hier die Ehe als nachzurecht. Finde ich fantastisch. Okay, ich fand das so traurig. Was daran? Nein, es war einfach so dieses so, boah, das ist ja jetzt noch nicht allzu lange her, dass man noch zu solchen Mitteln als Frau greifen musste. Weißt du so, im Sinne von, ja, einerseits hast du recht, bin ich bei dir, dass Frauen dann zumindest die Möglichkeit hatten, zu tricksen und gewisse Entscheidungen zu fällen im Rahmen ihrer Möglichkeiten, um gewissen Situationen zu entfliehen oder da rauszukommen und gleichzeitig ist es so ein, Alter, unvorstellbar, so lange ist das ja noch nicht her. Nee, also ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir kommt das komplett anders an. Bei mir ist das quasi die, nicht die erste, aber eine der ersten Generationen, wo wirklich eben die Frau, diese Konstrukte, die eigentlich ja dafür da sind, um sie unter Kontrolle zu halten, plötzlich als Werkzeug für das eigene Empowerment nutzen. Also das hat bei mir einfach einen komplett anderen Subtext gehabt, das Ganze. Okay, also ich hatte eher so den Eindruck, halt vom Regen in die Traufe, also mein, weiß ich nicht, mein Elternhaus ist schissen, mir geht es da total schlecht, wie auch immer, ja, der einzige Weg ist die Ehe und wenn die Ehe doof ist, dann gehe ich halt in die nächste Ehe und die ist jetzt auch doof, aber trotzdem bleibe ich jetzt drin. Aber sie ist ja nicht in die nächste, nein, nein, die Tochter ist ja nicht in die nächste Ehe gegangen. Die Tochter ist vom Elternhaus in die Ehe, hat den Typen irgendwie abgeschossen und hat dann angefangen, ihr Leben zu leben, das sie leben will. Ja, dahingehend gebe ich dir recht. Also die Jane fand ich auch ziemlich cool, um ehrlich zu sein, aber bei Cora sehe ich das noch nicht so ganz. Ja, bei Cora überhaupt nicht. Und deswegen, also gut, dann, ja, Jane als Weiterentwicklung quasi von ihrer Mutter, die das zwar auch gemacht hat, in die Ehe und so. Ja, okay, dahingehend gebe ich dir recht. Es ist halt ein stufenweiser Level-Up, sage ich mal. Ja. Gut, gehen wir zum nächsten Punkt. Wenn ihr keine Ergänzungen habt, oder Flo, hast du eine Meinung? Vielleicht, aber geh weiter. Okay. Der nächste Punkt. Tori als Figur ist absolut promiskuitiv und selbst in einem Kontext, in dem sie permanent, vor allem von anderen Frauen, gesluckshamed wird, gibt es nie eine Szene, in der ihr an ihrer eigenen Vergewaltigung Schuld gegeben wird. Außer, großes Ausrufezeichen, von einem weiteren potenziellen Vergewaltiger, nämlich Dana. Und an der Stelle möchte ich sagen, mein Gott, was für ein fantastisch gezeichnetes Arschloch auf so wenigen Zeilen. Aber die Tatsache, dass der Einzige, der ihr die eigene Schuld an ihrer eigenen Vergewaltigung gibt, einer ist, der selbst gerade versucht, sich zu vergewaltigen oder bald versuchen wird, sie zu vergewaltigen, ist fantastisch als Subtext. Ja, da gebe ich dir recht. Gut, gehen wir zum nächsten Punkt. Wie gesagt, Tori, absolut promiskuitiv. Und jetzt kommen wir, machen wir einen Zertumschluss zur letzten Folge, nämlich Mr. Mercedes. Ich habe mich darüber aufgeregt, die Frau, die die Beine breit macht, stirbt. Das ist dir nicht der Fall. Naja, sie stirbt schon. Naja, ja, okay, aber, ich weiß, was du meinst. Ja. Aber sie stirbt nicht, sie hinterfragt nicht die Entscheidung an ihrer Art, sie gibt sich nicht die Schuld an den Tragedien in ihrem Leben, sie gibt sich nicht die Schuld an Dana ist tot, wie vielleicht von ihr erwartet wird. Ganz im Gegenteil, sie hinterfragt permanent diese ganze Bullshit, den andere zu ihr sagen. Und das nicht nur in, sage ich mal, Alltagssituationen, sondern selbst in Situationen, wo sie eigentlich mit aller Gewalt gut dastehen will, weil es eine Situation der Anbahnung ist oder des Fluchens. Und auch da möchte ich ein Zitat bringen. Also das ist quasi die Zeit, als sie mit geil das erste Mal so richtig anwandeln. So ein Scheiß, sagte sie. Ihre Augen blitzten. Ich kann dir gar nicht sagen, wie satt ich es habe, diesen Scheißdreck zu hören. Wenn ich ein Mann wäre, würdest du es nie wagen, auch nur anzudeuten, dass ich mich unter meiner Arbeit verstecke. Es käme dir nie in den Sinn, mir zu sagen, ich solle mehr lachen, Nylonstrüfe anziehen, Lippenstift benutzen und mich flachlegen lassen. Und alleine die Tatsache. Erstens der Satz an sich ist schon perfekt. Aber dass sie diesen Satz sagt in einer Situation, wo eigentlich von ihr erwartet wird, dass sie schüchtern ist und auf ihre Füßchen guckt und die hübsche, kleine, niedliche Frau ist, in dem Moment schmeißt ihm seinen eigenen Schwachsinn in den Kopf. Fand ich fantastisch. Fand ich auch. Also das fand ich auch super. Und vor allen Dingen, jetzt wo du es vorgelesen hast, fällt mir was ein. Pass auf. So einen ähnlichen Satz habe ich noch letztes Jahr von meinem ehemaligen Chef gehört, der im Übrigen auch noch jünger ist als ich, der immer zu mir sagt, oder nicht immer, gerade wenn ich mal ein bisschen ernster geguckt habe, lacht doch mal, Julia. Was habe ich gemacht? Das hat jede Frau 300 Mal in ihrem Leben. Und vor allen Dingen, was habe ich gemacht? Ich habe einfach nur die Lippen quasi auseinandergezogen, was dann eher aussieht, wie Zähnefletschen, weil ich mir gedacht habe, so über Lachen, haha, ja. Ja gut, ich habe immer den großen Vorteil, ich fange dann einmal an zu lächeln und die Leute gehen rückwärts. Das ist immer sehr praktisch. Aber nun, ja. gut, das ist bei mir nicht der Fall, ja, aber trotzdem, also ich kann dann auch ziemlich krimmig gucken, Flo weiß, wovon ich rede. Och, och, so schlimm bist du gar nicht, außer wenn du keinen Kaffee hattest. Nein, also wie gesagt, mir ist mal gesagt worden, ich kann Leute zu Tode lächeln. Oh wow. Ja. Okay, darüber müssen wir uns mal anders unterhalten, weil wir wissen, wie das geht. Ich glaube, der Punkt ist einfach, dass ich allgemein ein verstörendes Erscheinungsbild habe, das dann noch verstärkt wird. Aber, okay. Vielleicht, ich finde dein Gesicht so hübsch, muss ich an der Stelle sagen. So. Gut, ähm, gehen wir weiter, weil ich weiß nicht, wie ich mit Komplimenten umgehe, aber vielen Dank. Äh, aber generell, ich mag Tore und ich mag ihren Umgang miteinander, das macht wirklich, wirklich Spaß. Und ganz besonders, so der Beginn ihrer Affäre, beziehungsweise dieser Beziehung mit Geil, der ist wirklich progressiv, der ist wirklich unüblich, gerade für die damalige Zeit und der macht echt, echt Spaß. Und vor allem die Tatsache, dass er da auch mitmacht. Na, also so dieses, sie weigert sich, ihn zu heiraten und so weiter und so. Und er ist damit völlig fein und das ist kein Thema. Das wird nur zum Thema gemacht, durch zum Beispiel ihre Eltern oder andere Leute. Ja, und das ist es halt, sie knickt halt immer wieder ein, was ich nachvollziehen kann. Also, wie oft, gut es lässt Gott sei Dank nach, aber wie oft, ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir ist, Dela, wenn ich zum Beispiel auch, als ich jünger war, dann eingeknickt, weil, ne, die Gesellschaft will es so oder was auch immer. Ich muss sagen, meine Eltern spielen da jetzt nicht so die Rolle, ganz ehrlich. Also, die haben mich immer da sehr machen lassen und so. Aber ich kann es nachvollziehen und gleichzeitig hat es mich gerade bei Tori so ein bisschen gestört. Es war so dieses, wie du gesagt hast, sie steht so für sich selbst und immer wieder dieses Aufbäumen und sie selbst sein und dann knickt sie doch ein. Und es ist realistisch und vielleicht ist es deswegen so unangenehm manchmal. Das würde mich jetzt, Flo, deine Meinung interessieren. Liehst du das als Einknicken? Ja, schon ein bisschen. Mein Gedanke war gerade bei dem, was Julia gesagt hat, mit dem realistisch und deshalb unangenehm. Ich glaube, das trifft auf das ganze Buch zu. Ja, ja. Man kann es nicht einfach so abtun wie die nächstbisse Horrorgeschichte, weil dazu ist es, ja, da geht es doch ein bisschen zu nah. Lustigerweise, ich habe das bei ihr nicht als Einknicken gelesen. Dazu muss man auch sagen, bei mir ist generell das Problem, oder nicht das Problem, aber ich habe das relativ wenig, weil erstens die gesellschaftlichen Erwartungen, die an mich als Person herangetragen worden sind, sind andere als die, die an eine normale, durchschnittlich attraktive, gesunde Person, schräg sprich Frau, herangetragen werden. Das heißt, bei mir ist eigentlich nicht unbedingt dieser Fokus auf, ja, du bist jetzt 30, wann wirst du denn endlich mal heiraten? Bei mir ist nie der Fokus gewesen, ja, wann kriegst du denn endlich mal Kinder? Na, dieser ganze Quatsch. Das heißt, diese gesellschaftlichen Zwänge, denen der Normalbürger sich so aussetzen muss, die sind bei mir generell deutlich runtergedreht, wofür ich auch sehr dankbar bin. Und zweitens bin ich blöderweise, glaube ich, für solche Sachen auch relativ unempfindlich, weil, mein Gottkomplex beschützt mich da, glaube ich, davor, weil ich mache es ja richtig, die anderen sind nur blöd. Von daher, aber ich habe Tobi tatsächlich nicht gelesen, als sie knickt ein vor dem gesellschaftlichen Druck, sondern die Frau weiß einfach selber zwar zu großen Teil, was sie will, aber gleichzeitig in ganz anderen Punkten wieder hat sie dreimal über das Thema nachgedacht und hat dreimal eine andere Meinung dazu. Und wenn sie dreimal eine andere Meinung hat, handelt sie auch dreimal unterschiedlich. Das habe ich jetzt weniger so gelesen, interessant. Ja. Ich denke nach, deswegen bin ich so still. Ich würde an der Stelle vielleicht erst mal weitermachen. Ja. Weil auch das ist ein Punkt, den liebe ich an diesem Charakter. Ich liebe es, wie absolut pragmatisch und unemotional sie ist. Weil ihr Mann zerbricht am Tod ihres Sohnes. Sie macht weiter. Ihr geht das nahe, aber sie macht weiter. Sie verliert das Mädchen. Sie leidet darunter, aber sie macht weiter. Und selbst ihren eigenen Tod würde sie wählen und frei wählen, wenn es eben nicht diesen begloppten Schneesturm gäbe. Und es fallen da auch wieder ein paar Zitate, zum Beispiel glücklich. Das heißt gar nichts. Das ist dumm. Es ist wie mit dem Wetter, Herr Gott, noch mal. Egal wie das Wetter ist, man lebt damit. Das ist ein perfekter Pragmatismus, wie er sein soll. Und dann, gut ist auch nichts für sie, oder? fragte er. Sie schlaubte. Nichts ist gut für mich. Es ist nur die Frage, was mir am wenigsten schadet. Oder eben im Hinblick auf diese Sache von, sie wählt sogar den Zeitpunkt ihres eigenen Todes. Vielen Dank, sagte sie resigniert, dass sie mir die Predigt erspart haben, ich soll Gott nicht ins Handwerk fuschen. Vor Gottes Handwerk habe ich nämlich viel mehr Angst als vor dem Sterben. Und dann, und auch das, wo wir wieder bei dem Thema sind mit dem gesellschaftlichen Druck, als Koa sie anmaunst, von wegen, sie versucht ja ihr, den Mann zu stehlen. Und sie ganz eiskalt, sagt, Koa, ich will ihren Mann nicht. Ich habe selber schon einen, der zu nichts nützlich ist. Alles daran ist fantastisch. Und das ist halt genau dieser Punkt. Ja, sie hat selber einen Mann, der zu nichts nützlich ist, sie will Joe nicht, und sie will ihn ja zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich wirklich nicht, aber sie beschließt halt irgendwann, ach, jetzt würde mir der eigentlich ziemlich gut zwischen die Beine passen, und dann lässt es halt auch drauf rankommen. Und das meine ich halt mit diesem, sie entscheidet sich irgendwann dafür, nee, jetzt will ich was anderes, und dann macht sie es. Also sind wir uns einig, sie schreibt großartige Charaktere, aber Handlung kann sie nicht. Ja. Ja, gut. Und vor allem, sie schreibt großartigen Subtext, und Handlung kann sie nicht. Hm. Einen letzten Punkt hätte ich noch, und das ist der Punkt mit India, weil das ist genau der Punkt, denn da ist ja unklar, ob Joe der Vater ist oder ihr Mann. Und ich mag die Idee von, das ist meine Tochter, das ist mein Kind, das ist nicht das Kind der Väter, das ist mein Kind, ich bin die Mutter, das ist mein Kind. Und eben nicht diese ganze Definition über, wer hat da mal irgendwo was reingehalten und dieses ganze Anspruchsdenken, ja, ich finde Anspruchsdenken auf Kinder als Mutter genauso schwierig, aber unter Hinblick auf, das ist ein feministisches Buch, ist das hier ein Meilenstein. Ähm, ich kann dir sagen, India ist tatsächlich, also Joe hat sie gezeugt. Mhm. Das ist tatsächlich der Fall, aber ich gebe dir recht, ich finde es auch großartig oder fand es beim Lesen großartig, die ist so, das ist meins. Ja. Doch egal, wer der Vater ist. Ja. Ähm, ich bin da, das ist meine Tochter. See with it. Mhm, genau. Gut. Jetzt habe ich sehr viel geredet. Ich bin aber jetzt auch tatsächlich durch. Also, ich habe alle Punkte, die ich aus diesem Buch rausanalysieren konnte, rausanalysieren. Habt ihr Ergänzungen, Dinge, über die ihr mal reden wollt? Ja, wie gesagt, ich weibere mich über die Handlung zu reden, weil die Handlungen schwach sind. Ja, da haben wir so ein bisschen das Problem, also ich weiß auch nicht, ob ich darüber so wirklich reden möchte, ähm, weil wie gesagt, ich fand das Buch auch äußerst anstrengend. Ich habe nur festgestellt, wir haben es mal wieder unter völlig anderen Gesichtspunkten gelesen, ähm, weil ich habe eher versucht, dann irgendwie den, den Titel quasi, also ob jetzt den englischen oder den deutschen, also der deutsche ist sowieso dämlich. Ich habe versucht, dann den englischen da irgendwie mit übereinzubringen und habe es tatsächlich eher als, ähm, eine echt abgefahrene Verknüpfung, ähm, zweier Menschenleben gelesen, ähm, die sich immer wieder halt begegnen und, ähm, die trotz ihrer Unterschiede halt gewisse Parallelen im Leben haben und, ähm, deswegen tue ich mir mit Tori auch so schwer. Dela, ich weiß jetzt, jetzt kommt hier die große Widerrede gegen den Feminismus. Alles gut, richtig. Deswegen war ich auch so ein bisschen von Tori enttäuscht, weil ich hatte so das Gefühl, ähm, um irgendwie glücklich zu sein, um irgendwie überleben zu können, braucht sie Jo. Und das hat mich gestört am Ende der Geschichte, weil für mich war sie dann doch nicht so die Unabhängige und, und, und Starke und, ähm, das fand ich so ein bisschen, bisschen schade. Also diese Überlegenheit, die man erst so rausliest, habe ich irgendwann nicht mehr gesehen. Ähm, darf ich kurz fragen, ja. Braucht sie Jo als Mann, als Liebhaber, als irgendwas oder braucht sie Jo als Freund, als Seelenverwandten, als was auch immer? Denn das ist für mich meiner Meinung nach nochmal ein Qualitätsunterschied. Ähm, ich, da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher, um ehrlich zu sein. Also ich hatte immer das Gefühl, sie braucht ihn, um nicht zu ertrinken. Und für mich? Um nicht unterzugehen. Also er ist derjenige, der sie gerade in gewissen Situationen so am Leben hält. Ähm, und sie kehrt ja auch immer wieder dorthin zurück, in diesen Ort. Und da ist Jo. Jo war immer da, Jo ist immer da und Jo wird immer da sein. Das hat sie ja auch so für sich entschieden. Also als sie auch sich entscheidet, sie wird sich suizidieren. Genau. Ist sie davon ausgegangen, Jo ist weiterhin dort und Jo wird sich um alles kümmern. Also Jo ist so die, weiß ich nicht, die Stabilität, die er sonst im Leben fehlt. Und das kann man nach so einem Leben absolut verstehen, dass gewisse Grundlagen einfach nicht so stabil sind, wie bei manch anderen absolut vollkommen. Aber es war so ein bisschen so, dass ich das Gefühl hatte, da ist eine engere Verknüpfung, als man vielleicht auf den ersten Blick sieht. Ähm, ich fand es auch ganz interessant, beide schreiben zu unterschiedlichen Zeitpunkten ihren Namen auf das Fenster. Ähm, du hast immer wieder dieses, ähm, dieses, ja, wir begegnen uns, wir gehören irgendwie zusammen, wir sind verknüpft. Also deswegen habe ich das unter ganz anderen Prämissen. Also die eine erfährt die Gewalt, er erfährt eine andere Gewalt, sie begeht Gewalt, er begeht Gewalt. Also immer, es ist so eine gewisse Parallele im Endeffekt, obwohl es auf anderen Ebenen stattfindet, aus anderen Gründen. Und sie kommen halt immer wieder zusammen. Und, ähm, ich habe so ein bisschen so das Gefühl, dass gerade sie so diejenige dann doch ist, ähm, die ihn irgendwie mehr braucht. Warum auch immer. Ja, ich gebe dir grundsätzlich recht, aber für mich braucht sie ihn nicht als Person, für mich braucht sie ihn als Möbelstück. Äh, für mich ist eher sowas wie der Katalysator für ihren Lebenswillen. Ja, genau. Genau. Aber da ist es völlig irrelevant, ob er ein Mann ist, ob er überhaupt eine Person ist. Er ist quasi für mich die animierte Variante dieses Urtes, dieses Hauses, dieser, ihrer Vergangenheit. Er ist ein Katalysator ihrer Vergangenheit und deswegen das einzige Zugangstort, das sie zu sich selbst noch hat. So würde ich es lesen. Ja, und gleichzeitig hat sie ihn aber auch völlig falsch eingeschätzt. Das wird ja auch klar. Und das ist so dieses, ich weiß ja, irgendwas, am Ende wurde es auch so ein bisschen, ja, und dann widmet sie ihm im Endeffekt auch noch ihren allerletzten wissenschaftlichen Artikel, den sie schreibt, auch wenn sie ihn nicht namentlich erwähnt. In dem Sinne. Aber klar, seine Funktion, da sind wir wieder, okay, geht es um die Person oder geht es um die Funktion? Aber irgendwie hat mich da was, also, ich bin da rausgegangen und wusste einfach nicht, also ich hatte erst mal das Gefühl, das Buch fängt erst da so richtig an, wo es eigentlich aufhört. das ist das eine. Wie gesagt, grammatisch habe ich es gar nicht eingeteilt. Ich habe es tatsächlich versucht, dann irgendwie chronologisch aufzutröseln, weil ich gerade beim Querlesen dann gemerkt, also ich habe es noch ein zweites Mal überflogen, gemerkt habe, okay, hier sind auf einmal Verknüpfungen, die ich beim ersten Mal lesen überhaupt nicht wahrnehmen konnte. Und deswegen für mich ist es, wie gesagt, das sind zwei Lebensgeschichten, die miteinander verknüpft sind. Und das andere, das muss man auch sagen, also so ein bisschen als Historikerin hat mir das auch ganz gut gefallen. Also die Tabitha King hat ja auch Geschichte studiert gehabt. Sie hat sich da schon Mühe gegeben. Das merkt man ja. Also das hat mir schon Spaß gemacht. Aber alles in allem weiß ich nicht, was dieses Buch so wirklich soll. Also ich habe auch schon zu Flo gesagt, ich habe das Gefühl, ich habe einen Film gelesen. Ich glaube, als Film würde das Ding funktionieren. Tatsächlich. Nee, das ist nicht komplett anders, aber okay. Ich glaube, da fällt es einem so ein bisschen leichter, wenn du die Figuren wirklich siehst und die unterschiedlichen Orte und merkst, okay, wir sind jetzt in der Zeit, wir sind jetzt hier und so und gewisse Dinge auch einkürzt quasi. Aber als Buch fand ich es unfassbar anstrengend und zwischendurch diese detaillierten Beschreibungen, wo ich gedacht habe, so okay, was hat er alles jetzt in den Korb gepackt, wen interessiert das? Und ihr merkt schon, ich fange jetzt so an, vor mich hin zu sammeln, weil ich noch nicht mal weiß, wo ich hin will, weil ich nicht weiß, was ich mit diesem Buch will und lange Rede, kurzer Sinn, ich bin verwirrt und ich komme aus dieser Geschichte irgendwie nicht raus, weil sie für mich irgendwie nicht fertig ist und gleichzeitig ist sie fertig und es ist ganz weird. Flo hat vorhin zu mir, wir hatten mal kurz Kontakt gehabt in der Sprachanricht, Flo darf ich das schon zitieren? Ja, gerne. Er hat gemeint, es sei wie Fast Food. Du liest es irgendwie, aber nach zehn Minuten hast du wieder, willst du wieder was lesen oder weil du hast es wieder vergessen, also wie bei Fast Food schnell verdaut und genauso war es hier, also irgendwie ist es weg, aber du willst trotzdem mehr, aber da ist irgendwie nichts und ganz komisch, ganz, ganz komisch. Das ist ganz, ganz witzig, weil zu mir hat er den selben Satz gesagt und bei mir hat es genau den gegenteiligen Effekt. Es war für mich kein Fast Food, es war dieses eigentlich voll gesunde, vollkommen Kinoa-Blutzeug, was eigentlich im ersten Moment total eklig ist, aber bestimmt eigentlich voll gut ist und bestimmt voll viel Mehrwert hat und du erkennst auch irgendwo auf einer rationalen Ebene diesen Mehrwert, so wie ich eben hier die stilistische Schönheit durchaus anerkenne und die Thematiken, die drin sind, aber das macht halt trotzdem nicht, dass es deswegen besser schmeckt. Aber ich kann auf einer rationalen Ebene anerkennen, dass es gut war, dieses Buch gelesen zu haben, aber ich habe keine Lust davon mehr zu haben. Okay. Also ich habe natürlich wieder geguckt, was sagt das Internet zu diesem Buch? Okay. Und ich habe nicht allzu viel gefunden. Die Kritiken, die ich so gesehen habe, waren großenteils wohlwollend, aber ich habe etwas gefunden zu dem gesamten Zyklus. Also er besteht aus fünf Büchern. Nach den Seelenwächtern kommt Die Falle, Die Entscheidung Bad Girl und das Buch Räuben, alle auf Deutsch erschienen. Und dazu hat jemand geschrieben, man soll nach den Seelenwächtern nicht gleich die Flinte ins Korn werfen. Das Buch zieht sich und es wird erst richtig verstanden, nachdem man mit den anderen durch ist. Und das weckt in mir jetzt natürlich nochmal das Interesse, was bringen diese anderen Bücher, dass dieses Buch hier besser wird. Und werde ich mich noch genug daran erinnern können, um das genießen zu können? Das ist die andere Frage. Es ist natürlich dann auch, wie gut ist ein Buch, das eigentlich für sich alleine stehen soll, auch wenn es Teil eines Zyklus ist, wenn man es erst versteht, nachdem man vier andere gelesen hat. Darf ich gemein sein, Flo? Dela, du darfst immer gemein sein. Dasselbe habt ihr als Rechtfertigung für Mr. Mercedes gebracht. Wenn ihr Mr. Mercedes gut fandet, müsst ihr das hier auch rezeptieren. Ey, ich habe aber bei Mr. Mercedes, ich habe Punkte abgezogen. Genau deswegen habe ich dem Buch, was ich mochte, Punkte abgezogen. Ja, das stimmt. Ja, weil ich genau das gesagt habe, es kann nicht sein, dass man so darüber diskutieren muss, dass man alles versteht. Ja, das stimmt. Ja, und da konnte ich sagen, es wird nicht besser. Hier kann ich sagen, ich weiß noch nicht, ob es besser wird. Gut. Aber hast du denn, mal unabhängig vom Internet, eine eigene Meinung zu dem Buch? Ähm, nein. Natürlich habe ich eine eigene Meinung. Und dazu muss ich aber gerade gucken, wo ich mein Zitat habe. Genau. Sie sah sich um. Ich liebe diesen Ort, sagte sie. Rich ist wie ein großes Geheimnis. Man kann nur ganz dahinter kommen, wenn man hier geboren ist, hier stirbt und nie von hier wegzieht. Nicht eine Minute dazwischen. Sie lachte. Damit bin ich ausgeschlossen, nicht wahr? Und genau so kam ich mir vor. Ich mochte es. Ich mochte, ja, ich mochte die, die Atmosphäre. Ich mag den Stil. Ich mag die Geheimnisse. Ich mag die Figuren, selbst wenn wir so von der Stadt noch gar nicht so viel mitkriegen. Aber ich fühle mich als, ja, als würden mir so die, die Insider-Gags irgendwie verschlossen bleiben. Hast du denn, hast du denn Subtext gelesen? Also so das ganze Thema zum Beispiel Feminismus und so weiter? Oder ist das an dir mehr oder weniger vorbeigegangen? Nein, ich habe tatsächlich auch mal ein bisschen Subtext gelesen. Das Buch lebt vom Subtext. Wir haben ja gesagt, die Handlung kannst du vergessen. Also es fällt dann schon auf. Wenn man merkt, Handlung bringt es nicht, achtet man mehr auf das, was zwischen den Zeilen steht. und ja, das ist mir schon klar geworden dann. Nicht alles so, was du gesagt hast, aber einiges. Aber hat das denn für dich das Buch besser gemacht? Das ist ja eigentlich die Frage. Ja, aber ich glaube auch wirklich erst nach dem zweiten Lesen. Okay. Also nach dem ersten Lesen vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich einfach zu frustriert war von diesem Buch. Ich weiß nicht mal, ob ich es weiter empfehlen würde, aber wenn, dann sollte man es wirklich mehr als einmal lesen, damit man durchblicken kann. Okay. Gut. Bevor wir die Folge zumachen, habt ihr noch irgendwelche Zitate? Denn ich habe noch ein paar, die ich dringend loswerden will. Zitate habe ich nicht, aber ich habe noch eine andere Kleinigkeit. Und zwar widmet sie das Buch Kay McCauley. Und da habe ich natürlich geguckt, wer ist das? Und Kay McCauley war eine Literaturagentin, die viele bekannte Autoren auch aus dem Fantastik-Bereich betreut hat. Die ist 2020 gestorben. Okay. Gut, dann bringe ich meine letzten Zitate noch. Meistens war der Tod eine Gnade, wenn er dem Sterben ein Ende machte. Dann, ich hätte in meinem ganzen Leben nichts getan, was auch nur den geringsten Wert hat, wenn mich nicht diese Mücke der Querköpfigkeit angetrieben hätte. Außerdem, das ist eine meiner Lieblingsszenen im Buch als Joe mit der Tochter von Cora anwandelt, beziehungsweise die sehr deutlich mit ihm. Wenn du vielleicht später zu dem Entschluss kommen solltest, dass du ebenso gut auch als Schuldiger gehängt werden könntest, würde ich dir gerne dabei Beihilfe leisten. Und ich finde, das ist eine fantastische Art zu flirten. Ich habe daran so viel Spaß gehabt, ich habe da so viel wiedererkannt. Das war fantastisch. Außerdem, sie hat nichts mitgebracht als einen alten Furt, eine Nähmaschine mit Fußbetrieb und den Riemen, an dem sie ihre Zunge schleift. Und als letztes auch wieder so eine wunderschöne Flirtsehne. Wie gesagt, die sind überall im ganzen Buch und sie machen mir unglaublich viel Spaß. Sie tragen ihren Ehering nicht mehr, sagte er. Ich habe ihn verloren, sagte Dory. Hier, fragte er, ich halte gern die Augen da noch offen. Das ist die Mühe nicht wert, sagte sie. Sie würden gut daran tun, ihren aufzuverlieren, sagte sie gleichmütig. Ich mag das, ich mag die auch, wie hier in diesem Buch gestattet wird. Gut, das ist mein letztes Wort. Julia, hast du noch irgendwelche Zitate? Ja, drei Stück. Also, das eine ist eine Anspielung auch darauf, dass Dory Archäologin ist. Und zwar, die Träume waren alte Knochen, die liegen bleiben mussten, wo sie hinfielen. Ihre Bedeutung wartete auf die Enthüllung. Das andere ist, als Joe Tories Handtasche durchwühlt, weil er meint, irgendwas stimmt nicht und das mit einem brennenden Haus vergleicht und dann kommt, drinnen könnte ein Leben zu retten sein, selbst wenn das ein Leben kostete. Und dann, das, was mir am besten so gefallen hat, ist das Zitat, er wusste, dass man dem, was man am meisten fürchtete, die Macht nahm, wenn man es laut aussprach. Sehr gut. Das war's. Flo, du auch noch? Nein, mein Zitat habe ich durch. Okay. Gut, dann würde ich sagen, letztes Wort, wir bewerten zwar nicht, aber letztes Wort. War es uns die Lebenszeit laut oder nein? Nein. Ein ganz klares Nein, zumindest nicht jetzt, um ehrlich zu sein. vielleicht, wenn man auch die anderen Bücher liest, aber im Moment ein klares Nein. Okay, Flo? Ich tendiere auch zu Nein. Wenn man es gelesen hat, wenn man es durchblickt hat, denkt man, gar nicht mal so schlecht. Und am nächsten hat man es vergessen und das ist es dann nicht wert. Also, nein. Ich würde Ja sagen, es war die Lebenszeit laut. Nein, ich mag, wenn sich Menschen die Mühe machen, Subtext zu schreiben und Subtext gut zu schreiben und King macht das sehr selten. Deswegen bin ich sehr dankbar, dass sie es getan hat. Allerdings wäre ich noch dankbarer, wenn sie dabei nicht komplett vergessen wird, ein Handeln zu schreiben. Aber ich bin trotzdem nicht böse, dass ich mich dann doch durchgequält habe. Ob ich mich durch weitere Bücher von ihr quälen werde, ist noch nicht raus. Das besprechen wir oft eher. Und in dieses ominöse Off-Air würde ich mich jetzt auch von euch verabschieden. Es war mir wie immer eine Ehre, dass ihr zugehört habt. Ich bedanke mich bei dir, liebe Julia. Es war sehr schön mit dir. Ja, sehr gerne, liebe Dela. Wie immer ein Fest mit euch. Bedanke mich außerdem bei dir, liebe Flo. Es war großartig mit dir wie immer. Es war wieder eine Ehre. Danke. In diesem Sinne. Wir hören uns demnächst. Wir werden über weitere Family & Friends Folgen reden und ansonsten geht es auch im regulären Podcast demnächst weiter. In diesem Sinne. Habt viel Spaß. Lasst es euch gut gehen. Wenn ihr Schürzeiger seid, seht zu, dass ihr euch nicht erwischen lasst. Und ansonsten. Macht einfach das, was ihr denkt. In dieser Sinne. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss.